Also hallo Katharina, du bist dieses Mal von dem Projekt Fridays for Future hier bei der 6. Karlsruher Jugendkonferenz. Wie kannst du denn rückblickend auf die Jugendkonferenz schauen? Also bist du zufrieden mit deinen Ergebnissen oder nicht? Also es war auf jeden Fall schön nochmal, also überhaupt über Fridays for Future zu diskutieren und auch mit höheren Posten quasi und dort unsere Anliegen vorzubringen. Wir haben auch schon jetzt mit den Politikern und Politikerinnen darüber geredet, über Konsequenzen an Schulen und wie man das, dass man da einen Konsens treffen muss von allen Rektoren und Rektorinnen. Dann haben wir darüber geredet, dass generell mehr Transparenz entstehen muss. Also das, was zum Beispiel hier im Stadtrat schon diskutiert wird über Klimawandel, dass es auch viel an die Schülerinnen und Schüler rauskommt. Und da wollen wir jetzt so eine Art schaffen, dass die Schüler mehr erfahren. Da wollen wir vielleicht irgendwie einen Instagram-Account schaffen oder eine Webseite und die Themen dort dann besser einbringen. Und dass dann Leute auch hier mal dabei sein können und da Informationen kriegen werden. Und das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Also bist du generell mit den Ergebnissen und auch mit den Patenfindungen zufrieden? Das auf jeden Fall. Es könnte noch mehr sein, aber ein kleiner Anfang ist immer gut. Wer ist denn jetzt bei euch persönlich Pate geworden? Also vielleicht ein, zwei Personen. Ich glaube, es sind mehrere gewesen bei euch. Also ich glaube, der Bildungsbürgermeister, ich weiß jetzt seinen Namen nicht genau, aber genau. Und der will uns da unterstützen, dass da mehr Transparenz entsteht. Und das ist auf jeden Fall schön. Sehr schön. Dann freut mich das, dass ihr so schöne Ergebnisse habt. Und dann könnt ihr sehr wahrscheinlich auch sehr gut in der Zukunft weiter damit arbeiten. Dann freue ich mich, dass du heute da warst. Und bis bald dann.